Spore is a live let's play Das heißt auf Twitch gestreamt und auf YouTube hochgeladen in gemütlichen 20-30 Minuten Folgen Falls man jetzt nicht so viel Stream schauen kann, gibt es das als kleine Portion als Let's Play So folgendes, Spore habe ich schon mal gespielt vor ganz vielen Jahren, als ich angefangen habe mit YouTube und Twitch Für alle die es auf YouTube gucken, in der Infokarte blende ich sonst mal die alte Playlist ein Da kann man da mal rüber schauen und ich würde sagen, ich labere gar nicht groß Wir fangen direkt an, für alle die es nicht kennen, einfach mitverfolgen, gucken was Sache ist Wir starten natürlich in der Zellenphase und wir starten als Fleisch- oder Pflanzenfresser Pflanzenfresser fressen Pflanzen Logisch Fleischfresser fressen Fleisch Das macht Sinn, das ist super hilfreich Wir nehmen Fleischfresser, wir fangen als Fleischfresser an Kein Thema Kann ich nichts umstellen Wir machen gemütlich normal Und wir nennen den hier Moment Schwimmli Das ist Schwimmli Schwimmli unser unser Bakterium Let's go Let's go So, also, wir leben. Schwimmli lebt. Wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Für alle, die es noch nicht so kennen. Jeder deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachse und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unten in der Fortschrittsanzeige angezeigt. Das hier unten ist die Fortschrittsanzeige. Das heißt, hier entwickeln wir uns weiter. Das ist eine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. Ja, genau das tun wir jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt fressen. Wir haben hier rundherum Fleisch. Das Grüne ist Pflanze. Und das ist Fleisch. Ich meine, man kennt das, Fleisch schwimmt überall rum. Wir mampfen das mal gemütlich. Hier unten übrigens, wo ich mit der Maus bin, also ganz weit unten hier, ist die DNA-Anzeige. Die ist wichtig, weil da können wir uns dann upgraden. Das zeige ich nachher. Schwimmli! Let's go! Also. Was haben wir in anderen gegessen? Andere Zellen und meteorierten Splitter sind der Schlüssel zu neuen Teilen. Ja. Wenn wir andere töten oder Dinge finden, können wir neue Fähigkeiten erwerben. Das heißt, das machen wir hier. Wir erwerben hier neue Fähigkeiten. Jetzt können wir theoretisch einen Stachel bauen. Okay. Das machen wir gleich. Ich will noch einen DNA-Punkt haben. Da habe ich 15 Namen. Etwas grösser als ihr. So. Und jetzt haben wir Sex, meine Damen und Herren. Okay. Wir Schwimmli schicken unsere kleinen Schwimmli los, um ein neues Schwimmli zu machen. Wir nennen es vielleicht ein bisschen anders. Dankeschön für den Sub. KittyTobi, Dankeschön für den Support. Herzlich Willkommen. Ich weiß nicht, ob es eine Einblendung gab. Ich hoffe schon. Und eben, das ist ein Live-Let's-Player, das hat Twitch gestreamt. Da gehe ich auf einige Fragen im Stream ein. Und wenn natürlich Sabs reinkommt und so ein Spenden-Pupo, sage ich da Danke. Keine Frage. So. Also. Das ist der, ich lese das jetzt nicht vor. Das ist der Design-Modus. Das heißt, wir können hier unser Schwimmli anders machen. So. Wir haben ganz viel Fleisch gegessen. Wir werden dicker. Okay. Wir versuchen hier ein bisschen, wir haben das Hüftgold, haben wir versucht abzuspecken. Ja. Zudem haben wir einen schönen Stachel gekriegt hier. Das ist unsere Schwimmflosse. Wir haben einen schönen Stachel gekriegt. Und wir haben es als sehr sinnvoll erachtet, ein drittes Auge zu kriegen. Verstehen Sie? Es ist nämlich so, in dieser grossen, bösen Welt muss man dreidimensional sehen. Vierdimensional sehen. Fünftimensional? Es spielt keine Rolle. Ihr wisst, was ich meine. So. Wir sind, glaube ich, so gestartet. Wir entwickeln uns in ein, in ein Grün. Langsam ein Grün. Schwimmli, wie wird, wie wird, Schwimmli muss sich ja weiterentwickeln. Der braucht einen neuen Namen, ne? Schwimmli wird so. Drei. Äugli. Sieht viel. Weiss noch nichts. Das ist seine Beschreibung. Und mit drei Äugli. Schwimmli, wie wir los. What the fuck. Okay, weiter geht's. Also, wir sind jetzt grün. Wir haben uns, wir haben uns getarnt. Das ist die Idee dahinter. Das ist ein kleiner Spass. Wir haben uns extra grün gemacht, dass man uns für Pflanzennahrung hält und die ganzen Pflanzenwesen auf uns zukommt. Okay. Ja, ja. Du kannst mich nicht töten, weil ich habe einen Stachel hinten. Ich hätte mich Stachelin nennen sollen. Oh shit. Der ist etwas grösser als wir. Okay. Ich bin auch leicht durchsichtig, ne? Ihr könnt mein Innerstes sehen. Du wirst mich nicht töten können. Unmöglich. Ich will so einen Meteoritenbrocken mal finden, damit ich mal zeigen kann, dass da auch so DNA drin sind. Weil wir müssen die ja finden, um neue Fähigkeiten zu erlernen. So, Mampf. Mit dem Bugebissen. Aha. Wehe, du isst jetzt was von hier. Wow. Okay. Wir jagen den? Keine Sorge, ich bin eine Pflanze. Ich tue dir nichts. Autsch. Okay. Ist echt aggressiv drauf, der Dude. Willen Sie das bitte lassen? Ich würde gerne meine Nahrung zu mir nehmen. Hallo. Ich werde beim Essen nicht gerne gestört, wenn du es hier stehen. Oh, jetzt bist du nicht mehr so mutig, ne? Und schwupps, weg. Flabber. Ganz genau. Mein Chat meint gerade, Flabber sei ganz gut. Du musst doch irgendwo noch... Ah, der hat eine Düse. Seht ihr das? Krampf. Nein, nicht wegschwimmen. Ich will da eine Düse. Nicht, 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 nicht. Ja, guck an und... Zack. Wie es sich freut. Wuhu. Einfach nett. Autsch. Bitte lassen Sie das. Für windlichsten Dank. Okay. Wir könnten uns... Wir sind eigentlich ein bisschen armselig mit unserer Schwimmflosse hier hinten, nicht wahr? Ich würde ja sagen, wir entwickeln uns weiter. Und zwar verlieren wir unsere Schwimmflosse und kriegen die... Und wir werden... schnappiger, ne? Und unsere Stacheln hinten werden auch grösser. Wissen Sie was, meine Damen und Herren? Ich will mal gucken, ob das geht. Einfach nur zum Zusammenbauen. Ja, genau. Also, jetzt mache ich das kleiner. Und jetzt ist es eine Doppeldüse. Seht ihr? Das ist... Das ist Technologie auf dem nächsten Niveau. Ja, das sind unsere Stacheln hinten. Jetzt machen wir uns wieder ein bisschen dünner. Gut, ein bisschen zugenommen haben wir noch, ne? Wir haben viel gegessen. Bon. Ja, also... Prächtig sieht er ja noch nicht aus. Aber wir kommen der Sache schon näher. Jetzt haben wir uns natürlich weiterentwickelt in... Düsi... Düsentrieb. Jetzt ist er Düsi-Düsentrieb. Sieht viel. Ist schnell. Weiss noch nichts. Das ist jetzt noch ein Text. Don. Ich würde sagen, let's... Mann, was für eine Schönheit. Es ist echt, das ist schon, ne? Atemberaubend, was wir hier erschaffen haben. Ich bin mir im Überlegen, ob wir ihn allesfresser machen. Wir können ihm noch ein anderes Maul geben. Dann könnte er theoretisch auch Pflanzen fressen. Also, dann ist er ein Mischwesen. Mischwesen? Er isst dann... Also, doppelt. Kann mehrere Dinge essen. Gehst du wirklich auf meine Freundin los hier? Das ist Gift. Das ist Gift. Wir wollen den töten. Dann kriegen wir sein Gift. Ah! Nicht so. Okay, wir kriegen... Wir warten. Wir warten. Wir haben Zeit. Wir sind wie ein Predator. Wir... Upsala. Habt ihr gesehen? Was für hochgradig... Unglaublich perfekte Skills wir haben. Shit. Von uns gibt's viele. Deswegen macht's nichts, wenn einer stirbt. Ist okay. Ist okay. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich das... Das war ein Trick. Ich hab ihn reingelockt. Jetzt kann ich Gift... Erlernen. Ich glaub, für Gift brauch ich 15. Okay, der ist noch etwas grösser als ich. Da warten wir, bis wir... Da warten wir, bis wir... Das ist natürlich die Frage, wollen wir... Ich hab' einen gemixten Mund. Alter, Verwalter. Wo ist mein Fleisch hin? Würdest du bitte aufhören? Warte mal, du hast einen anderen Mund. Ich glaub, der hat einen gemixten Mund. Lassen Sie mich mal beißen. Hallo. Sie sehen ziemlich lecker aus. Darf ich... Darf ich mal kurz... Dankeschön. Nee, voll schade. Ich hatte gehofft, er hat einen gemixten Mund. Das sagt man so. Das ist nicht... Also ich hab dann... Das ist nicht frei erfunden. Das stimmt schon. Irgendwie. Ah! Oh mein Gott. Ich darf nicht sterben. Ich schon wieder. Seht ihr den hier im Hintergrund? Und den? Die sind voll groß. Hallo, Sweetie. Autsch. Yeah. Ich frag mich, wie viel ein neuer Mund kostet. Autsch. Oh, er konnte mich beissen, obwohl ich einen Stachel hinten habe. Das ist mein Abwehrstachel. Ist ja voll fies. Alles cool, wir haben es im Griff. Oh nein. Oh yes. Die gesehen, was für ein Speed. Was? Wenn ich neben einer kleinen, was das gerade war. Was ist da genau passiert? Oh! Was ist das? Oh ja. Gift haben wir erlernt. Ja, mega geil. Nein, das ist meins. Das ist mein Hoppy Hoppy. Ja, ich will mir noch einen Stachel rein. Bluuu. Ja, jetzt fließt du, ne? Jetzt sieht die Welt schon. Autsch. Anders. Komm, versuch's nochmal. Ich will mir mal einen Stachel. Ich will mir meinen Stachel. Du musst es essen, du musst es nicht vor dich hinschieben. Mit essen spielt man nicht. Wir müssen uns aber langsam weiterentwickeln, also. Ja, hier. Stech dich. Ich töte dich mit meinem Bruch. Okay. Also. Oh, das ist Elektrizität. Fiona, dankeschön für den Reset. Dankeschön, dankeschön. Für den Support. Wir haben 15 Punkte. Wir hätten Gift. Wir könnten Gift machen. Wir könnten Filtermund machen. Dann wären wir Allesfresser. Wir könnten hier so gemütlich auf die Seite machen. Münder machen sich an der Vorderseite. Okay. Wie wäre es, wenn ich es einfach hinten dran habe? Sieht ein bisschen gruselig aus, so, ne? Was ist, wenn wir das so machen? Und die so. Sieht das gut aus? Sieht ein bisschen eklig aus. Aber irgendwie cool. Okay. Also, wir haben uns natürlich... Das eine Auge hier, das kostet mich eigentlich 5 Punkte, ne? Eigentlich könnte ich es wegmachen und dafür vielleicht was anderes holen. Noch mehr Stacheln. Aber ist egal. Sieht gut aus. Drei Augen sehen gut aus. Wir möchten uns farblich jetzt von unseren Artgenossen unterscheiden. Die Punkte, die hatten wir ja schon, ne? Was ist, wenn wir... Einen Moment mal. Wir machen das hier. Das sieht komisch aus. Okay. Nein. Du. Das... Das ist es nicht. Okay. Okay. Das sieht aus wie eine Wurst oder so. Was ist das? Oh, mit Punkten aufbrücken. Das... 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 Machen wir das. Machen wir das. So. Sieht viel. Ist viel. Ist schnell. Weiss noch nichts. Momfie. Weil er jetzt alles essen kann. Let's go. So. Also, wir können jetzt essen, auch pflampfen. Okay. Das bedeutet... Wow, du hast alles gegessen. Ich wollte das haben. Autsch. Oh, fies, ey. Ja, jetzt habe ich extra... Jetzt habe ich ein bisschen Pflanzennahrung gegessen. Du kannst es probieren. Aber du wirst sterben. Ist meins. Ist auch meins. Ist auch meins. Oh, meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Autsch. Autsch. Lassen Sie das bitte. Ich gehe den jetzt töten. Yeah. Elektrizität. Autsch. Autsch. Das war nicht Absicht. Uh, hier ist... Autsch. Ist voll die Nahrung. Ist alles meins. Wenn Sie auf, mich zu stechen, bitte. Und Fleisch. Nicht wegschweben, große Pflanze. Geht er weg. Ahm. Entschuldigung. Yeah. Los, los. Essen. Alles meins. Wow. Ist da was drin? Ne. Ja, ja. Das machen wir gleich. So. Wir werden jetzt hochgradig giftig, meine Damen und Herren. Hochgradig giftig. Strom kostet 25, das ist echt viel. Ich habe eine Idee. Diese Giftezellen. Die wachsen nun hier so voll aus der Seite raus, ne? Seht ihr das? Wie das schön. Hier so voll aus der Seite raus. Okay. Perfekt. Und weil wir jetzt giftig sind... Müssen wir erst so ein bisschen diese Farbe übernehmen, nicht wahr? Giftig. Ne, das ist doof. Kotzi. Nein, Kotzi wird's nicht. Toxi. Toxi-i. Machen wir's so. Sieht viel, isst viel, isst schnell, weiss noch nichts, pupst. Gift. Ganz wichtig. Muss dabei stehen. Gift-Pupsi. Okay. Ihr nicht suchen. So. Wir machen uns auf die Suche. Ich weiss gar nicht, ob es das noch gibt. Ob es noch irgendeine Fähigkeit gibt, die ich noch nicht erlernt habe. Was ist das denn? Was esse ich hier? Ich esse Steine. Ah, ich esse noch nicht Geborene. Wow. Zuerst mal ein bisschen Gemüse dazu. Ich stachel dich. Ich stachel dich. Gifty. Aha. Sehe ich, wie das wunderbar funktioniert? Weiß noch nichts, wurde zu weiß ein bisschen. Habt ihr gesehen, wie das leuchtet? Voll schön. Glückwunsch, du bist auf dem besten Weg, ein Bewusstsein zu entwickeln. Hurray. Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser erreichen. Was? Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser... Ja, okay. Wenn du bereit bist, die große weite Welt zu erobern, klicke auf Weiterentwickeln. Das ist hier unten in der Ecke. Das ist für euch da. Das machen wir aber noch nicht. Wir schwimmen noch ein bisschen rum. Okay? Wir schwimmen noch ein bisschen rum. Ich hab den Eindruck, also irgendeine Fähigkeit muss ich doch noch haben, die ich noch nicht... Ach, hier. Dieser Schlauch. Den er da hat. Den will ich. Au. Au. Nein! Ich will den Schlauch von dir doch nur! Okay. Jetzt müssen wir anders machen. Nicht essen. Aus. Krieg ich irgendwie nicht tot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017